Heute werfen wir einen Blick auf die S-Klasse Helden, die wir Spieler in der Summoners War Chronicles und One Punch Man Kollaboration freigeschaltet bekommen. Zuerst haben wir Genos, der Cyborg, der mit zahlreichen Waffen in seinem Arsenal absolut jeden Gegner, der sich ihm in den Weg stellt, pläten wird. Als nächstes Atomic Samurai, der sowohl für seine Präzision als auch Schnelligkeit in seinen Schlägen bekannt ist. Und zu guter Letzt Silverfang, ein Meister von so zahlreichen Kampfeskünsten, der sowohl mit seiner Erfahrung und Ausdauer ein wirklich gern gesehener Wegbegleiter für deine Kämpfe sein wird. Ja und willst du an der Seite dieser Helden kämpfen, dann lad dir Summoners War Chronicles herunter und stürz dich ins Getümmel.